Hallo Ben, ich bin Carsten vom Kanal Walking Eddy und ich bin hier heute im Sauerland unterwegs. Wir haben es laut Thermometer im Auto ca. 5 Grad minus und ich habe hier was gefunden, wo ich mir nicht ganz sicher bin, was es ist. Vielleicht kannst du es mir ja erklären. Und ich habe mir gedacht, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Deshalb schicke ich dir ein kleines Video und hoffe, dass du irgendwann mal Zeit findest zum Antworten. So, und zwar geht es um dieses Gebilde. Davon habe ich hier im Wald schon so einige gesehen. Ich war heute bis auf 700 Meter hoch. Ich habe da eine Theorie zu. Also Ben, meine Theorie ist, dass es sich einfach nur um Eis handelt, aber wie das Eis so faserförmig da zustande kommt, weiß ich nicht genau. Vielleicht irre ich mich ja auch und es ist ein Pilz oder sonst irgendwas. Ich hoffe, du kannst mir die Frage beantworten. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss, man sieht sich im Wald. Bis dahin sage ich mal, dass ich mich nicht mehr so fahre,